die schnauze du kack musik willkommen zurück zu let's replay crash team racing boah oxid der wichser ne so ein arsch hat mich echt im letzten scheiß an der letzten scheiß möglichen stelle eingeholt und ich konnte nichts dagegen tun nur weil ich einen sprung nicht hinbekommen habe und dadurch einen boost verpasst habe das ist so bitter das war leider ein sehr entscheidender boost wie es aussah war zwar nicht entscheidend um den sprung leichter zu schaffen aber im endeffekt war halt trotzdem irgendwie wichtig das habe ich gerade nicht so ordentlich hinbekommen ja natürlich leck mich doch boah ich hasse dich keine ahnung wen ist aber scheiß egal hauptsache der platz ist gefallen vor allem hat sich natürlich oxid aber auch tiny grad für das was er teilweise macht das auch schon wieder warum ist er da nicht gedriftet weil er keinen bock hatte weil er ein kevin ist ich weiß es nicht und was war das wieso habe ich das topofeld nicht mitgenommen aber es hat mich nicht mit absicht gemacht also ich könnte mal von ausgehen sie bin ich so viel schneller als gerade gut bin ich gar nicht sah nur gerade so ein bisschen noch raus ja gut und schon wieder ein bisschen mehr an oxid dran das ist natürlich schön weil ich ihn hier ja in der ersten runde immer müssen kriegen kann vielleicht nicht nur in der ersten runde ich weiß es nicht jetzt bin ich irgendwie wieder schneller als ich weiß nicht wieso ich jetzt wieder so kacke binden gehen dazu gerade mann 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 vor allem wo bleibt oxid na ich hätte es nicht sagen sollen er kommt jetzt hier aber guck mal was ich für einen rückstand auf meinen typ hier hab schon krass ne der ist schon richtig krass dafür ist oxid mir jetzt natürlich stärker am nacken als sonst jetzt hat oxid mich wieder ein so gut das war ja so gut von mir aus hier habe ich ja gerade auch wieder zeit gewonnen ich verliere ja gleich noch zeit ne und war trotzdem noch vor ihm das heißt eigentlich müsste ich jetzt auch vor ihm bleiben wenn noch nicht so offensichtlich jetzt konnte ich ja natürlich nicht mal vorbei das war doof hier verliere ich gleich zeit wenn ich natürlich auch da zeit verliere habe ich probleme so da habe ich zeit verloren so er sitzt mit mir wirklich sehr sehr eng im nacken aber ich bin noch nicht mehr weit weg von meinem geist ich bin schon wieder sauer aufgeregt zeit verloren speed verloren genau das was ich da hinten halt jetzt gleich tue selbst wenn ich jetzt diesen sprung schaffen sollte hier also mit genug speed und so bin ich jetzt deutlich weiter hinten noch weiter hinten als gerade ist natürlich problematisch das schaffe ich nicht mehr das schaffe ich einfach nicht mehr ok ja super ich bin langsam als gerade ist das nicht toll direkt neu statt anspannen wir uns den ganzen ДÖDÖ SMS fuck jetzt habe ich einmal die eisslassschorpen verkackt die habe ich verkackt Zweiten Teil Eis schon Habe ich regelrecht verkackt Bin ich jetzt hier saugut durchgekommen Und habe hier einen sauguten Boost Das ist bisher Das ist besser als bisher Der bisher beste Versuch In diesem Abteil da Hier dürfte ich bisher jetzt immer Bisschen zu weit raus Um das Zorbefeld zu erwischen Aber das ist nicht essentiell wichtig Wirklich nicht So rechts lang Ist ok Habe ich geblickt Ja super Wieso ist ein Oxid jetzt vor mir hier War ich da gerade hinter Oxid? Kann sein Erinnere ich mich gar nicht dran Keine neue Beste in der ersten Runde Ist aber auch nicht notwendig Hauptsache wir kommen hier durch Hier habe ich gerade länger Turbo Das weiß ich Deswegen sehr ärgerlich Ja und jetzt habe ich Zeitung nicht geschaltet Jetzt konnte der Sack Nicht richtig in die Richtung driften Da ich habe jetzt so viel Gottverdammte Zeit verloren Am Anfang der zweiten Runde Ist der Oxid ja so ein bisschen Ausgenockt scheint es mir So ein bisschen paralysiert Das habe ich am Ende der letzten Runde gerade nicht hinbekommen So super Schneller als eben Ist aber ja der erste Geist Also jetzt nicht der letzte Versuchsgeist Ich weiß noch Bescheid Meine schnellste Zeit halt Jetzt bin ich mit meiner besten Zeitwehr gleich auf Ich habe ja noch diesen gewissen Vorsprung Wisst ihr ja Also jetzt müsste ich jetzt hier richtig einen gewissen Vorsprung haben Weil ich hier gegen diesen Klotz fahre gleich Hier jetzt Da verliere ich ja Zeit Das heißt jetzt habe ich ein bisschen Vorsprung Demnach auch mehr Vorsprung vor Oxid Möchte mir demnach aber trotzdem nichts erlauben Jetzt bin ich natürlich noch nervöser Weil ich weiß wie schnell es vorbei sein kann Aber auch weiß dass ich noch ein Ticken besser bin als eben Beides pusht mich extremst Und Oh mein Gott Oh mein Gott Scheiße Oh fuck das war schon die letzte Drift Das ist natürlich kacke Aber ich habe den Sprung Das ist jetzt mal wichtig Bleib hinter mir du Sack Bleib hinter mir Du bleibst hinter mir Boah Alter ich bin gerade so nervös Oh mein Gott Ich tue schon richtig weh in meiner Brust Nein 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 du Sack Nein 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 Mann Leck mich Das kann nicht sein Das kann echt nicht sein man Was bist du für ein Bastard Oh man Wirklich Es ist nicht mehr gesund hier Boah fuck it Mein Gott Scheiße Das ist nicht wahr Nochmal Natürlich Fuck Fuck Mein Gott Das ist echt Extremsbelastung hier So ein psychischer Druck hier Er ist ja im Kopf Aber es müsste jetzt eigentlich der Geist von dem letzten Mal jetzt sein Naja da bin ich zu weit rausgepftet Aber es ist der Geist von dem Versuch gerade Weil das ist ja jetzt mein schnellster Geist Deswegen war es auch wichtig dass ich zu Ende gefahren bin Damit ich allein den Geist jetzt mal habe Damit ich mich schon mal mit dem messen kann Das überholt mich sogar noch der Oxid Schön Damit habe ich mir jetzt alles versorgt mit diesem dummen Sprung hier Wobei noch nicht Trotzdem Rückstand auf meinen Geist was nicht sein muss Ein bisschen mehr Speed jetzt Schön Geht schon ein bisschen mehr Speed Nein So viel verloren So viel scheiß Speed verloren Was habe ich denn gerade im Der ist am Ende einfach wahnsinnig schnell Hatte glaube ich gar nicht mal so viel mit mir zu tun Okay ich habe auch ein bisschen verkackt Gebe ich zu Ich habe da irgendwas ein bisschen wieder verkackt Hat da wieder ein bisschen Speed verloren Genau wie hier jetzt wieder Aber so richtig verkackt habe ich eigentlich nirgends Das ist das Traurige Dass es wirklich so unglaublich hart ist Mann Das kann nicht sein Man strengt sich so an Und dann kommt wieder so eine Scheiße bei raus Das ist drei Runden perfekt Das ist doch einfach nur Was hat Crank ist das Ich hoffe Polarpass ist wirklich eine der schwierigsten Strecken jetzt Wahrscheinlich werden alle so hart Aber das ist halt auch eine relativ lange Strecke Strecken wie Coco Park oder so Insofern angenehmer Dass man Dass man nicht so lange fighten muss Weil wie gesagt Der kommt am Ende der letzten Runde Am Ende der letzten Runde kommt der richtig ran Mit der Rest davor Den kann man halt super fahren wie man will Im Endeffekt entscheidet dieses letzte Ründchen Wenn man dann da verkackt Hat man die ganzen drei Minuten vorher Einfach nur verschenkt Das ist so kacke Das Runde Driften ist vielleicht doch keine schlechte Idee Weil man dann den Boost woanders bekommt Dieses Runde Driften geht auch nur mit einem Tiny oder einem Dingo Mit so einem Power Charakter Aber mit einer anderen würde das nunmals gehen Da würde man schon runterfallen Vor allem wenn man so weit nach links driftet wie ich immer mache Also haben wir jetzt auch schon entscheidende Sekunden vielleicht rausgeholt Entscheidende Hundertstel natürlich Die Sekunden Ich kriege da irgendwie den Sprung nicht hin Bei diesen Brettern da Kriege ich jetzt nicht mehr hin Das ist schrecklich Dieses richtige Timing finden Weil ich jetzt schon so oft dieses Timing da finden musste und so Und irgendwie habe ich gerade kein Timing mehr Ich weiß nicht Schrecklich ist das Ja wirklich schrecklich Also kann ich es nicht schaffen Kann ich es definitiv nicht schaffen Weil ihr seht ja wie dramatisch das ist Der hat mich direkt wieder überholt der Sack Nur weil ich dieses Timing da verkackt habe Ich habe eigentlich jetzt schon keine Chance mehr Dessen bin ich mir bewusst Aber wer weiß Wenn ich jetzt vielleicht perfekt fahre Vielleicht habe ich ja dann eben doch noch eine Chance Ich weiß es nicht Generell kann man ja auch mal sehen Ein bisschen besser Wo der denn wirklich so aufdreht Ob der wirklich erst ganz am Ende richtig auftritt Oder vielleicht schon hier Keine Ahnung Ich schaffe den Sprung nicht mehr hier Wieso? Und ihr seht ja Dass ich da so viel Zeit durch verliere Ein bisschen fährt er eigentlich noch normal Dann muss der hier irgendwo richtig aufdrehen Und hier richtig abdrehen Tut er auch ja Hier dreht er richtig am Rad Sonst ist es einfach uneinholbar Nee also das ist psycho Einfach psycho Nein Obwohl das ist ja eigentlich egal Der Geist ist doch immer der Beste oder? Oder ist das jetzt immer der Letzte Für den man gefahren ist Ich weiß es nicht Ich weiß es wirklich nicht Keine Ahnung Ich glaube es ist nicht der vom letzten Mal Sondern der Der ist halt schon vorher Aber da war Aber ich bin mir nicht sicher Weil der ist gerade ziemlich langsam Das war natürlich jetzt wieder spitze Jetzt kann ich es vergessen Ach komm das lohnt sich nicht Mann Ich will das jetzt heute schaffen Sonst hab ich da keine Übung mehr drin Dann droht M-M-M-Gott Ist irgendeine Scheiß umgefallen hier Ist mir doch kackegal Mann Dann soll er wenigstens ordentlich driften So wie man möchte Nicht so dass es für Oxid perfekt ist Bin ich da wieder nicht ordentlich abgesprungen Hab dadurch keinen Turbo bekommen Aber diese Absprunggeschichte ist echt kacke Abspringen Der springt nicht der Sack Aber dann Demnach kann ich auch festhalten Dass das definitiv nicht Aus dem letzten Versuch Ist der Geist Also das ist immer der Beste Ich kann den Speichern sondern Wenn ich jetzt einmal aufhöre Ist der Geist natürlich weg Und der Geist ist schon mal Ein ganz guter Ein ganz guter Anhaltspunkt eigentlich Ja super Schaffe ich den Sprung natürlich gerade So ist ja alles kacke Ist das Und dann gucken Ob es nicht vielleicht besser ist So irgendwie zu driften Das ist schon Das ist schon am besten So wie der driftet Das ist schon gut so Das ist schon ganz perfekt so Und am meisten Zeit Durch driften gut macht Das stimmt leider Hat er auch sieht leider mega recht Seiner Drifterei Aber ich finde da komme ich Mittlerweile richtig gut rum Natürlich mit Tiny Das muss man natürlich auch immer Im Verhältnis sehen Mit anderen Charakteren Käme man da sicherlich besser rum Und ich wäre auch definitiv Vorne geblieben Wenn ich dann nicht so viel Kacke hätte Also die engere Kurve lohnt sich Auf jeden Fall Muss man doch mal sagen Also das Turbofeld kann man ruhig Geschmeid ignorieren Hauptsache man trifft die Plattform halt Das tut man nicht Die ist echt sowas von unnötig Das Turbofeld Kostet nur Zeit Also ruhig die engere Kurve fahren Das ist eine absolute Aufforderung dazu An mich selber Falls ich mir untreu Untreu werden sollte In der Beziehung Das war super gemacht Gleich mein altes Ich aufgeholt Dadurch aber wieder verkackt Bin aber trotzdem noch auf der gleichen Höhe jetzt mit ihm Natürlich schön Aber ich hätte dadurch eben wieder Turbo Zeit gut machen können Also es gibt definitiv noch Stellen Wo man Zeit gut machen kann Muss man ja mal so sagen Aber das darf man nicht vergessen Aber es gibt halt auch Stellen Wo ich einfach so oft faile Die man allein schon verhindern kann Das zum Beispiel Was ist das? Was mache ich da? Mann Das ist so unnötig Das kann nicht sein Einfach nur traurig Richtig traurig Habt ihr wieder eure lustigen Fails? Das ist es Fucken mega ab Er hat er Gone Eng driften Eng driften Ich krieg's aber noch das Turbo Feld Ich will's aber gar nicht Weil es mir nichts bringt Das bringt was Das bringt Turbo Das bringt Speed Und den Speed hab ich jetzt schon Ja verloren Dummerweise Wow war das knapp Ich hatte schon die Den Finger fast auf der Starttaste Was echt verdammt knapp war Die bin ich diesem Mal auch schön durchgekommen Schön Richtig schön Ich drifte ja nicht wirklich Zumindest nicht gerade Never change a rerunning system Und das Wand gerade Betonung gerade Und wie ist Runt Ja, 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 ja Super Ich kann euch gar nicht beschreiben Wie aufregend ich jetzt schon wieder bin Der kleinste Kleinigkeit so gesehen Alles, alles perfekt Okay, passen muss Fuck the shit Alter Alter, 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 alter Oh man, oh man, oh man Komm schon Das sieht so gut aus Guck dir mal an, wo Oxid ist Das ist der Am stärksten blinkende Punkt da unten Ich würde mir wahrscheinlich sogar Erlauben, jetzt hier zu verkacken Will ich aber nicht Will ich auf keinen Fall Ja Ja Komm schon Ich mein, der holt jetzt nochmal immens auf Das wisst ihr alle Wir haben bessere Chancen denn hier Und jetzt hab ich's verkackt Jetzt hab ich's verkackt Komm Schaff es, schaff es, schaff es, schaff es bitte Auch wenn ich jetzt hier am Ende nicht optimal gefahren bin Aber komm Es reicht, es reicht, es reicht, es reicht Yes Es wird gereicht haben Der war hinter mir Ihr habt's gesehen Ich bekomme kein Ding von wegen Du hast Oxid geschlagen Aber es hat gereicht Wehe, es hat nicht gereicht Ich will jetzt diesen verfickten Stern sehen Ich will ihn sehen Ich will ihn einfach sehen Und wehe, da ist kein weißer Stern Dann könnt ihr mich alle mal Ich hab ihn geschlagen Definitiv Ich war vor ihm Das weiß ich sicherer als bei Bokortex Yes Er ist da Meine Güte Jetzt erst mal drei Tage Eistonne würde ich sagen Das ist übel Ich mein, ich hatte eigentlich genug Eis Das stimmt Oh, mein Gott 50 Jahre meines Lebens sind weg Aber wir haben einen scheiß weißen Stern Wir haben ihn Das ist viel wert Ja, Drachenmin vielleicht beim nächsten Mal Keine Ahnung Ist mir grad kackegal Ich muss jetzt erstmal Playstation ausmachen Und einfach meinen Triumph feiern Wie auch immer Und ja Ich find keine Worte mehr Tschüss